Heute sind wir hier auf Usedom in Arlbeck. Letztes Mal haben wir von der Seebrücke aus links den Abschnitt abgesucht und heute werden wir mal den rechten Abschnitt absuchen. Es ist früh um fünf, das ist die beste Zeit. Keine Touristen am Strand und nichts, kann man in Ruhe suchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Beep, 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 Beep. Beep, 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 Beep. Beep, 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 Be ... ... ... ... ... ... Mördungsente Beep, 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 Beep. Beep, 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 Beep. Beep, 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 Beep. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.